What the fuck ist das? Ich klebe da irgendwie so ein bisschen in der Ecke rum, habe ich so das Gefühl. Glaube ich, Tchimmer, ich bin jetzt eine Fledermaus. Und somit heiße ich euch doch mal wieder willkommen zu dem zweiten Part von Oe and the Blind Forest. Wer den ersten Part nicht gesehen hat, da geht es um den Prolog. Ist sehr anschaulich anzusehen, sehr schön. Es geht hier um ein sehr schönes Game, was viel mit Kunst, glaube ich, auch zu tun hat. Aber genauso haben wir hier auch einen Jump-on-Run-Stil drin, wo ich mich jetzt ein bisschen befassen werde. Und diesmal auch, glaube ich, gucken muss, dass ich hier ein bisschen die Jump-Skills erstmal rausbekomme. Wow. Nein. 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 Scheiße. Wow. Wow. Was passiert denn? Toll. Äh, was? Bitte was? Nochmal. Ich will hier nicht weiter. Alter. Muss ich da drüben? Muss ich da wegrennen? Oder was muss ich machen? Yes. Komm jetzt. Sehr schön. Ah, ich glaube, ich hätte es auch früher leisten können, aber egal. Das Licht. Was für ein Licht auch immer es sein mag. Es wird heller. Wow. Ach komm, wir werden hier jetzt Fighter. So. Los, geh auf jetzt. Nummer zwei. Nein. Ach, ernsthaft. Okay, ich glaube, ich habe jetzt langsam geblickt, was man hier machen muss. So. Nächste Challenge. Letzt haben wir ja sehr gut gemeistert. Und schieß. Nein. Was? Fuck you. Oh, scheiße. Okay, da sind wir safe. Nein. Nicht schon. Oh, schick nicht schon wieder. Aber es ist gut, dass ich mit viel Leben gesaved habe. A few inches later. Nein. Ich spring da hoch. Oh, come on. Okay. Ich bring mich um. Three weeks later. Äh. Was wird das? Muss ich da ernsthaft jetzt? Oh Gott. Muss da irgendwie... Giovanni muss da mäßig... ...reinspringen? Oh Gott. Oh Gott. Ich habe es getan. So, und jetzt wieder zurück. Wohin auch immer. Okay. Gut. Muss ich da rüber. Da runter. Und da wieder hoch. Und noch eine Steine einsammeln. Beste. Das sieht einfach mal so geil aus. Und jetzt... Und dann... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020